Lieber Lothar, ich habe schon lange nichts mehr von mir hören lassen, und ihr macht euch sicher schon Sorgen. Mutter wird böse sein, und Klara, mein Engel, wird denken, ich lebte hier in Saus und Braus und hätte sie vergessen. Aber ich denke täglich und stündlich an euch, und wie im Traum steht Klara immer vor mir und lächelt mich an. Wie hätte ich euch schreiben können? Etwas Furchtbares ist in mein Leben getreten. Was mir geschehen ist? Ich will versuchen, es euch zu erklären. Einfach ist es nicht. Vor einigen Tagen, am 30. Oktober mittags um 12 Uhr, kam ein Wetterglashändler zu mir und wollte mir etwas verkaufen. Ich kaufte nichts und sagte ihm, er solle weggehen und mich in Ruhe lassen. Nichts Besonderes, denkst du jetzt, aber bitte, lach nicht über mich. Du verstehst mich nicht, weil du nicht weißt, was in meiner Kindheit geschehen ist. Ich will es dir erzählen. Als Kinder sahen wir den Vater nur beim Mittagessen oder abends. Nach dem Abendessen gingen wir alle zusammen in Vaters Arbeitszimmer, wo Vater rauchte und ein großes Glas Bier trank. Oft erzählte er uns interessante Geschichten, aber an manchen Abenden gab er uns Bilderbücher in die Hände und erzählte nichts. An diesen Abenden war die Mutter sehr traurig und schon um neun sagte sie, Kinder, ins Bett! Ins Bett! Der Sandmann kommt! Ich höre ihn schon! Und auch wir hörten jemanden langsam die Treppe heraufkommen. Einmal hatte ich besonders große Angst und fragte die Mutter, wer ist denn der Sandmann, der immer zu Vater kommt, wenn wir früh ins Bett müssen? Es gibt keinen Sandmann, liebes Kind, sagte die Mutter. Wenn ich sage, der Sandmann kommt, heißt das nur, ihr seid müde und ihr könnt die Augen nicht offen halten, wie jemand, der Sand in den Augen hat. Diese Antwort gefiel mir nicht. Wir hatten den Sandmann auf der Treppe gehört. Da fragte ich das Kindermädchen, was das für ein Mann wäre, der Sandmann. Ja, Nathanaelchen, antwortete das Kindermädchen. Weißt du das noch nicht? Das ist ein böser Mann. Der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht ins Bett gehen wollen. Er wirft ihnen viel Sand in die Augen, die dann aus dem Kopf herausspringen. Die Augen tut er in einen Sack und bringt sie seinen Kindern zum Fressen. Jede Nacht träumte ich von diesem furchtbaren Sandmann. Wenn meine Mutter sagte, ins Bett der Sandmann kommt, weinte ich und lief voll Angst in mein Zimmer. Die ganze Nacht konnte ich an nichts anderes denken, wenn ich gehört hatte, wie er zu meinem Vater ins Arbeitszimmer gegangen war. Manchmal kam er längere Zeit nicht, dann kam er wieder öfter. Das ging jahrelang so und immer hatte ich Angst. Als ich älter wurde, sah ich von selbst ein, dass es den Sandmann des Kindermädchens nicht gab. Aber die Angst ließ mich nicht los. Mit den Jahren interessierte mich alles Furchtbare oder Seltsame immer mehr. Ich beschloss, die Sache selbst zu erforschen. Als ich zehn war, bekam ich ein Zimmer für mich. Es lag in der Nähe vom Arbeitszimmer meines Vaters. Noch immer mussten wir, wenn wir den Mann die Treppe heraufkommen hörten, pünktlich um neun ins Bett gehen. Von meinem Zimmer aus hörte ich ihn ins Zimmer meines Vaters gehen. Oft machte ich leise die Tür meines Zimmers auf und versuchte mehr zu hören. Auf dem Flur roch es komisch, aber hören konnte ich nichts. Eines Abends, der Vater sprach nicht und ich wusste, dass der Mann kommen würde, war meine Neugier zu groß. Als meine Mutter meine Geschwister ins Bett brachte, versteckte ich mich im Kleiderschrank meines Vaters. Ich hörte den Mann kommen. Er kam immer näher. Die Zimmertür ging auf und er kam herein. Ich hatte große Angst, aber ich musste wissen, wer es war. Ich machte die Tür des Kleiderschranks ein Stückchen auf und sah hinaus. Der Sandmann steht mitten im Zimmer vor meinem Vater. Der Sandmann, der fürchterliche Sandmann, ist der alte Advokat Koppelius, der manchmal bei uns zu Mittag isst. Etwas Furchtbareres als diesen Koppelius hast du noch nicht gesehen. Denk dir einen großen Mann mit dickem Kopf, gelben Gesicht und katzengrünen Augen. Er hat eine große Nase und große rote Ohren. Wenn er lacht, hört man ein Zischen. Seine weiße Perücke ist viel zu klein und von hinten kann man seine grauen Haare sehen. Das Schlimmste für uns Kinder aber waren seine großen, haarigen Hände. Was er einmal berührt hatte, das mochten wir nicht mehr. Er wusste das und immer, wenn unsere Mutter uns ein Stück Kuchen oder ein besonders süßes Stück Obst auf den Teller legte, sagte er, mh, wie lecker, nahm es in die Hand und lachte. Weil wir es nun nicht mehr essen konnten. Er nannte uns nur die kleinen Bestien. Und wenn er zu Besuch war, durften wir kein Wort sagen. Ich glaube, auch meine Mutter hasste ihn, aber mein Vater hatte großen Respekt vor ihm. Wenn er kam, gab es nur das Beste zu essen. Und waren die Weine besonders gut. Als ich ihn da im Arbeitszimmer meines Vaters sah, war mir klar, dass nur Coppelius der Sandmann sein konnte. Coppelius begrüßte meinen Vater mit an die Arbeit. Und beide zogen schwarze Kittel an. Der Vater öffnete eine Schranktür auf der anderen Seite des Zimmers. Aber hinter der Tür gab es keinen Schrank, sondern nur ein schwarzes Loch in der Wand. Und in dem Loch stand ein kleiner Herd. Seltsame Instrumente, Gläser und Flaschen sah ich dort. Im Schein des Feuers sah ich das Gesicht meines Vaters. Er sah schrecklich aus, als ob er Schmerzen hätte. Fast wie Coppelius. Coppelius hatte schwere Instrumente in der Hand. Das Zimmer war voll Rauch. Ich hörte ihn hämmern. Augen, rief er plötzlich. Augen! Ich brauche Augen! Das war zu viel für mich. Ich schrie laut vor Entsetzen. Die Schranktür ging auf und ich fiel ins Zimmer. Coppelius packte mich. Kleine Bestie! Kleine Bestie! sagte er lachend und zog mich zum Feuer. Nun haben wir Augen! Augen! Ein schönes Paar Kinderaugen! flüsterte Coppelius. Und er wollte mir ein rotes Pulver in die Augen werfen. Da stand mein Vater neben ihm und rief. Meister! Meister! Lasst meinem Nathanael die Augen! Lasst sie ihm! Coppelius lachte laut und sagte. So soll der Junge die Augen behalten. Er braucht sie noch zum Weinen. Aber den Mechanismus der Hände und Füße wollen wir dort noch observieren. Und er drehte meine Hände und meine Füße um und um. Ja! rief er wieder. Der Alte hat gewusst, wie man es macht. Mir wurde schwarz vor Augen. Ich sah und hörte nichts mehr. Als ich erwachte, saß meine Mutter neben mir. Ist der Sandmann noch da? fragte ich. Nein, mein liebes Kind, der ist schon lange fort und kann dir nichts tun. So sprach die Mutter und küßte mich. Ich will dich nicht langweilen, mein lieber Lothar. Ich brauche dir nicht alles lange zu erklären. Coppelius hatte mich in meinem Versteck gefunden und hatte mit mir schreckliche Dinge tun wollen. Ich hatte plötzlich hohes Fieber bekommen und war dann wochenlang krank gewesen. Ist der Sandmann noch da? Das sind meine ersten Worte nach der langen Krankheit gewesen. Ich war also wieder gesund geworden, aber ich habe dir den Rest noch nicht erzählt. Erst dann wirst du verstehen, warum ich vielleicht niemals mehr glücklich werde. Coppelius hat uns nach dieser Nacht lange nicht mehr besucht. Man sagte, er habe die Stadt verlassen. Nach etwa einem Jahr, als wir abends wieder ruhig zusammensaßen und Vater Geschichten erzählte, klopfte es um neun Uhr plötzlich unten an der Haustür. Dann hörten wir jemanden die Treppe heraufkommen. Das ist Coppelius, sagte meine Mutter und wurde ganz blass. Ja, es ist Coppelius, sagte mein Vater traurig. Aber zum letzten Male, zum letzten Male kommt er zu mir. Und jetzt geht bitte, geht zu Bett. Du kannst dir denken, dass ich nicht einschlafen konnte. Immer stand Coppelius vor mir und lachte böse. Gegen Mitternacht hörte ich einen furchtbaren Schlag, wie von einer großen Explosion. Dann kam etwas schnell an meiner Zimmertür vorbei und die Haustür schlug zu. Das ist Coppelius, rief ich entsetzt und lief in das Arbeitszimmer meines Vaters. Wieder war das Zimmer voll Rauch. Vor dem Herd, im Schein des Feuers, lag mein Vater auf dem Boden. Er war tot. Die Schwestern weinten und schrien, Coppelius, Satan, du hast den Vater erschlagen. So schrie ich. Zwei Tage später wurde mein Vater begraben. Die Nachbarn hatten die Explosion gehört. Die Polizei interessierte sich für den Unfall, aber Coppelius war nirgendwo zu finden. Wenn ich dir nun sage, lieber Freund, dass jener Glashändler, der hier an meine Tür geklopft hat, niemand anders war als der entsetzliche Coppelius, kannst du nun verstehen, wie grausig es für mich war, ihn wiederzusehen? Es kann hier keinen Irrtum geben. Er hat nicht einmal seinen Namen geändert. Die Leute sagen, er ist ein piemontesischer Mechanikus und er nennt sich Giuseppe Coppola. Bitte erzähle der Mutter nichts davon. Grüß meine liebe Clara. Ihr werde ich später schreiben, wenn ich mich beruhigt habe. Lebe wohl, dein Nathanael. Clara an Nathanael Du hast mir wirklich schon lange nicht mehr geschrieben. Aber du musst doch an mich gedacht haben, als du die Adresse auf deinen letzten Brief geschrieben hast. Er war an mich adressiert. Freu dich, öffnete ich den Brief. Und als ich las, lieber Lothar, da war mir dein Fehler klar. Nun hätte ich nicht weiterlesen, sondern den Brief an Lothar geben sollen. Aber der Anfang deines Briefes hat mich zu sehr erschreckt. Ich konnte kaum noch atmen und alles schien sich um mich zu drehen. Ach, mein herzgeliebter Nathanael! Was konnte so Entsetzliches in dein Leben getreten sein? Ich las und las. Deine Beschreibung des Coppelius war schrecklich. Erst so habe ich erfahren, wie dein guter alter Vater eines so tragischen Todes starb. Als ich Lothar den Brief brachte, versuchte er, mich zu beruhigen. Aber immer musste ich an den Glashändler Giuseppe Coppola denken. Und bis in meinen sonst so ruhigen und gesunden Schlaf verfolgte er mich. Doch bald, schon am nächsten Tag, begann ich, klarer zu sehen. Sei mir nicht böse, wenn du von Lothar hörst, dass ich so ruhig und heiter bin, wie immer. Ich will es dir ganz offen sagen. Ich meine, alles Entsetzliche und Schreckliche, wovon du sprichst, gibt es nur in deinem Kopf. Es hat mit der Wirklichkeit wenig zu tun. Der alte Coppelius war sicher kein guter Mensch, aber weil er Kinder hasste, habt ihr ihn besonders schrecklich gefunden. In deiner kindlichen Fantasie hast du den alten Coppelius mit dem Sandmann aus dem Kindermärchen identifiziert. Was er dort nachts mit deinem Vater tat, war nichts anderes, als dass sie dort heimlich alchemistische Versuche machten. Was sicher deiner Mutter nicht gefallen hat, weil das viel Geld und auch Zeit kostete, die dein Vater besser mit euch verbracht hätte. Der Tod deines Vaters war sicher ein Unfall und der alte Coppelius hat keine Schuld daran. Gestern habe ich unseren Nachbarn, den Apotheker, gefragt, ob es bei chemischen Versuchen zu Explosionen kommen könne. Aber sicher, sagte er und erklärte mir lang und breit, wie es dazu kommen kann. Von der Erklärung habe ich natürlich kein Wort verstanden, weil er so viele seltsame Namen gebrauchte. Du wirst jetzt sagen, meine kalte, vernünftige Clara kann das Geheimnisvolle nicht verstehen. Was unter der schönen Oberfläche liegt, das sieht sie nicht wie ein Kind. Ach, mein Herz, geliebter Nathanael, glaubst du denn nicht, dass auch eine so ruhige und heitere Person wie ich die dunklen Seiten des Lebens kennt und sieht, die es in uns selbst gibt und die uns von innen her zerstören können? Entschuldige, ich sollte nicht versuchen, dir etwas zu erklären, was ich nicht gut erklären kann. Ich hoffe, du lachst nicht über mich. Wir können nur deshalb an dunkle Mächte glauben, weil sie in uns selbst leben und weil wir ihnen das erlauben. Wir müssen nur stark genug sein, immer gegen sie kämpfen und ruhig unseren Weg zu gehen versuchen. Es ist auch sicher, meint Lothar, dass die dunkle psychische Macht wirkliche Personen in unsere Fantasie hineinträgt, von denen wir dann glauben, sie wären das Böse, das es nur in uns selbst gibt. Es ist das Phantom unseres Ichs, sagt Lothar, das uns in die Hölle wirft oder in den Himmel bringt. Du siehst, mein Herz, lieber Nathanael, dass wir, Bruder Lothar und ich, lange über dieses Thema gesprochen haben. Lothars letzte Worte verstehe ich nicht ganz, aber ich glaube, er hat recht. Ich bitte dich, vergiss diesen Glashändler, Coppola. Er kann dir nichts tun, wenn du nicht an das Böse glaubst. Ich würde mich über ihn lustig machen, wenn das Entsetzen, das aus deinem Brief spricht, mich nicht so schmerzen würde. Ich werde selbst zu dir kommen und dein Coppola wird dich nicht mehr stören, wenn er mein lautes Lachen hört. Mein ewig geliebter Nathanael Nathanael an Lothar Clara hat den Brief gelesen, den ich dir geschrieben hatte. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ärgerlich ich das finde, aber es war natürlich mein Fehler. Sie hat mir einen sehr philosophischen Brief geschrieben, in dem sie mir erklärt, Coppelius und Coppola lebten nur in meinem Inneren und sind Phantome meines Ichs. Ein Mädchen mit diesen lieben Kindesaugen denkt so philosophisch, das hat sie wohl von dir. Ihr habt über mich gesprochen. Gibst du ihr Unterricht in Logik? Du meinst, sie soll alles gliedern und sondern lernen? Ich meine, sie soll bleiben, wie sie ist. Es ist jetzt klar, dass der Glashändler Coppola nicht der alte Advokat Coppelius ist. Wir haben hier einen neuen Professor für Physik, der Spallanzani heisst und aus Italien kommt, wie sein berühmter Namensvetter. Ich besuche seinen Kurs. Er kennt Coppola aus Italien. Man hört auch an Coppolas Akzent, dass er kein Deutscher ist. Er kann also nicht mit Coppelius identisch sein, denn der war ein Deutscher. Ganz beruhigt bin ich nicht. Ihr, du und Clara, haltet mich für einen Träumer, aber Coppolas Gesicht geht mir nicht aus dem Sinn. Spallanzani sagt, er ist nicht in der Stadt. Dieser Professor ist seltsam. Ein kleiner, rundlicher Mann mit feiner Nase und dicken Lippen, kleinen Augen. Hast du schon einmal ein Bild von Cagliostro gesehen? So sieht Spallanzani aus. Vor ein paar Tagen ging ich in seinem Hause die Treppe hinauf. Eine Tür, die sonst immer verschlossen war, stand ein Stück offen. Neugierig sah ich ins Zimmer. Ein schlankes, großes, gut gewachsenes Mädchen saß dort an einem kleinen Tisch, auf den sie beide Hände gelegt hatte. Sie sah und hörte mich nicht. Es war, als schliefe sie mit offenen Augen. Mir wurde ganz unheimlich und ich ging leise ins Auditorium, das neben dem Zimmer liegt. Später erfuhr ich, dass es Balanzanis Tochter Olympia war und dass er keinen Menschen an sie heranließ. Warum schreibe ich dir das eigentlich? Ich kann es dir besser persönlich erzählen, denn in ein paar Tagen bin ich bei euch, vor allem, um meine Liebe Clara wiederzusehen. Deshalb schreibe ich heute nicht an sie. Tausend Grüße. Was unserem armen Freund Nathanael passiert ist, lieber Leser, und was ich dir hier erzählen will, ist seltsamer als alles, was ich je gehört habe. Du kennst das sicher auch. Du hast etwas gehört oder gesehen, was alle deine Gedanken, deine Träume, dein Herz bewegt? So sehr, dass das Blut in deinen Adern kocht und deine Wangen rot werden? Dein Blick seltsam wird, als ob du im leeren Raum etwas sähst, was keiner sieht? Da fragen dich die Freunde, wie ist ihnen, mein Bester, was haben sie? Du findest die Worte nicht. Du suchst und suchst, aber du stotterst nur. Später, wenn du allein bist, versuchst du vielleicht, es aufzuschreiben und findest den Anfang nicht. Mich hat, wie ich dir gestehen muss, niemand nach der Geschichte des jungen Nathanael gefragt. Aber du weißt, ich bin ein Autor. Wenn ich etwas in mir trage, ist mir, als ob alle Welt mich fragte. Was ist es denn? Erzählen Sie, Liebster! Doch wie schwer ist es hier, den richtigen, einen originellen, ergreifenden Anfang zu finden? Der Leser muss auf so viel Seltsames vorbereitet werden. Es war einmal zu banal. In der kleinen Provinzstadt S. lebte etwas besser. Zum Teufel mit Ihnen, schrie voll Wut und Entsetzen der Student Nathanael, als der Wetterglashändler Giuseppe Coppola. Das hatte ich schon geschrieben, als ich plötzlich Nathanael vor mir sah. Lachte er nicht ein wenig über diesen theatralischen Anfang? Am Ende sagte ich mir, schreibt gar keinen Anfang. Die drei Briefe, die mir mein Freund Lothar gegeben hat, sollen für dich, lieber Leser, den Anfang machen. Und dann will ich sehen, wie ich dir alles weitere erzählen kann. Vielleicht wirst du, mein Leser, dann glauben, dass nichts verrückter sei, als das wirkliche Leben. Erklären sollte ich dir aber doch, was nicht in den Briefen steht. Bald, nachdem Nathanaels Vater gestorben war, hatte seine Mutter Lothar und Clara ins Haus genommen. Sie waren Kinder eines entfernten Verwandten, der auch gestorben war und sie verwaist zurückgelassen hatte. Clara und Nathanael hatten sich sofort gemocht und Nathanael war mit Clara verlobt, als er nach G ging, um dort zu studieren. Ich sehe sie vor mir, wie sie lächelt. Schön konnte man sie nicht nennen, aber sie gefiel vielen. Den einen gefiel ihre Gestalt, anderen ihre Haltung und wieder andere liebten ihr langes, blondes Haar. Sie hatte die kräftige Fantasie des Kindes und einen hellen Verstand. Nebliges Gerede und wildes Fabulieren war nicht ihre Sache. Wenn sie so etwas hörte, lächelte sie nur ironisch, ohne etwas zu sagen, denn sie sprach nur wenig. Aber was sie dachte, war diese Fantastereien. Liebe Freunde, sprecht vom wirklichen Leben. Viele dachten, Clara sei kalt und prosaisch, aber sie liebte ihren Nathanael mit ganzer Seele. Wie froh war sie nun, als Nathanael schrieb, er werde bald in seine Vaterstadt zurückkommen. Es war denn auch so, wie Nathanael gehofft hatte. Als er Clara wieder sah, war die Freude so groß, dass er Coppelius und Claras Brief vergessen hatte. Aber Nathanael hatte recht gehabt, als er schrieb, der Wetterglashändler sei feindlich in sein Leben getreten. Alle fühlten das, Nathanael hatte sich sehr verändert. Oft saß er auch tagsüber da und träumte. Überall sah er dunkle Mächte. Wir glauben, wir seien frei, sagte er dann, aber wir sind nur ein Spielball des Schicksals. Clara ärgerte sich über diese mystischen Reden, aber es hatte keinen Sinn, mit Nathanael darüber zu diskutieren. Doch wenn Nathanael erklärte, Coppelius sei der Dämon, der ihre Liebe zerstören werde, wurde sie böse. Ja, Nathanael, du hast recht. Coppelius ist ein feindliches Prinzip, aber nur, weil du immer an ihn denkst. Solange du an ihn glaubst, gibt es ihn. Nur dein Glaube ist seine Macht. Nathanael dachte, Clara sei zu kalt und naiv, um diese Dinge zu fühlen und zu verstehen. Morgens vor dem Frühstück schon las er ihr aus mystischen Büchern vor und Clara bat ihn oft, das nicht zu tun. Aber lieber Nathanael, vielleicht bist du das böse Prinzip, denn wenn du mich beim Kaffeekochen störst, bekommt ihr kein Frühstück. Sonst hatte er für Clara oft kleine, lebendige Erzählungen geschrieben, die ihr sehr gefallen hatten. Jetzt war, was er schrieb, düster und unverständlich und deshalb langweilig. Nichts war für Clara tötender als das Langweilige. Sie sagte nichts, aber Nathanael sah, was sie dachte. So ärgerte er sich immer mehr und sie entfernten sich im Innern voneinander. Nathanael schrieb ein langes Gedicht darüber, wie Coppelius ihr Liebesglück zerstörte. Er brauchte drei Tage dazu, in denen Clara sehr froh war, weil Nathanael ihr so ruhig schien. Er sprach von lustigen Dingen wie sonst. Siehst du, sagte sie am Nachmittag des dritten Tages, jetzt denken wir nicht mehr an den bösen Coppelius. Ach ja, fiel es Nathanael wieder ein, der wirklich ein paar Stunden lang nicht mehr daran gedacht hatte. Ich habe ein neues Gedicht geschrieben, schrecklicher als alles, was du bisher gehört hast. Und er zog die Blätter aus der Tasche. Zuerst dachte Clara nur, es werde wieder etwas Langweiliges sein und sagte nichts. Als die Geschichte aber immer schrecklicher wurde, sie im Gedicht schon beide am Traualtar standen und Coppelius kam, weil er Claras Augen wollte, als Nathanael immer lauter las, dabei rot wurde und weinte, da wurde es ihr zu viel. Nathanael, mein Herzlieber Nathanael, sagte sie leise, aber sehr langsam und ernst. Wirf den Unsinn ins Feuer. Nathanael sprang auf und rief, nichts verstehst du, du lebloser Automat. Er lief fort und Clara blieb allein sitzen. Sie weinte laut. Ach, er hat mich niemals geliebt, denn er versteht mich nicht. Lothar kam zu ihr. Clara musste ihm erzählen, was geschehen war. Er liebte seine Schwester und hatte nun schon wochenlang zusehen müssen, wie Nathanael ihr wehtat. Er lief zu Nathanael und sagte böse, »Bist du völlig verrückt geworden?« »So kannst du nicht mit meiner Schwester sprechen, du Fantast!« »Ach, du bist ein fantasieloser, banaler Mensch, ganz wie deine Schwester«, erwiderte Nathanael. So stritten sie eine Weile. Am Ende aber, als klar war, dass sie sich nichts mehr zu sagen hatten, meinten beide, es bleibe ihnen nur eins. Am nächsten Morgen wollten sie sich mit dem Florett duellieren. Clara hatte den Streit gehört und ging am nächsten Morgen ihrem Bruder nach. Die beiden Männer hatten schon ihre Jacken ausgezogen, jeder sein Florett in der Hand, als Clara zu ihnen lief. Sie weinte laut, »Ihr wilden, entsetzlichen Menschen! Warum tötet ihr nicht mich? Denn wie soll ich länger leben auf der Welt, wenn der Geliebte den Bruder oder der Bruder den Geliebten getötet hat?« Lothar ließ die Waffe sinken und sagte nichts. Nathanael aber fiel vor Clara auf die Knie. »Kannst du mir verzeihen, du mein einzige, meine herzgeliebte Clara?« »Kannst du mir verzeihen, mein herzgeliebter Bruder Lothar?« Die drei Menschen umarmten sich und weinten. Nie wieder wollten sie streiten. Noch drei glückliche Tage verbrachte er bei seinen Lieben. Dann fuhr Nathanael zurück nach G, wo er noch ein Jahr bleiben wollte. Danach würde er für immer in seine Vaterstadt zurückkommen. Wie sehr erstaunte Nathanael, als er in seine Wohnung wollte. Das ganze Haus war abgebrannt. Man sagte ihm, das Feuer sei in der Apotheke im Erdgeschoss ausgebrochen und das Haus sei in kürzester Zeit niedergebrannt. Doch einige tüchtige Freunde hatten im letzten Moment noch Bücher, Manuskripte und Instrumente aus Nathanaels Zimmer im zweiten Stock holen können. Sie hatten auch schon ein Zimmer in einem anderen Haus für ihn gefunden. Er zog dort sofort ein und begann wieder mit seinem Studium. Dass er dem Professors Balanzani gegenüber wohnte, sah er kaum. Auch interessierte es ihn wenig, dass er von seinem Zimmer in das Zimmer Olympias gerade hineinsah. Er wunderte sich manchmal, dass sie stundenlang in derselben Stellung am Tisch saß, wie er sie einmal durch die Tür gesehen hatte. Sie bewegte sich nicht. Sie tat nichts. Es schien, als sähe sie direkt zu ihm hinüber. Schön ist sie ja, dachte er. Eine schönere Figur habe ich noch nie gesehen. Aber, klarer im Herzen, sah er sie nicht lange an und konzentrierte sich auf seine Bücher. Er schrieb gerade an Clara, als es leise an seine Tür klopfte. Es war Coppola. Als er sein widerwärtiges Gesicht sah, bekam er wieder Angst. Aber dann dachte er an das, was ihm Professors Balanzani erzählt hatte und an seine Gespräche mit Clara und schämte sich. Du bist doch kein Kind mehr, sagte er zu sich und versuchte freundlich zu sein. Ich kaufe kein Wetterglas, mein lieber Freund. Gehen Sie ruhig. Da kam aber Coppola an Nathanael Schreibtisch heran und lachte leise. Seine kleinen schwarzen Augen leuchteten. Ei, nix Wetterglas, nix Wetterglas. Hab auch schöne Ocke. S'köhne Ocke. Entsetzt, rief Nathanael. Du bist ja verrückt. Wie kannst du Augen haben? Augen? Augen? Aber im selben Augenblick hatte Coppola schon seine Wettergläser weggesteckt und holte Lornetten und Brillen aus den großen Taschen seines Mantels heraus. Er legte sie auf den Tisch. Nu, nu, Brill, Brill, auf die Nas zu setze. Das seien meine Ocke. S'köhne Ocke. Und er holte immer mehr Brillen hervor, bis der ganze Tisch voll war. Das Sonnenlicht spiegelte sich in den Gläsern. Tausend Augen schienen Nathanael anzusehen. Und auch er konnte nicht anders. Er musste auf den Tisch schauen. Und immer noch mehr Brillen legte Coppola dazu. Und immer wilder sprangen die Blicke durcheinander und blutrot schien das Licht in Nathanaels Herz zu schießen. Entsetzt, schrie er. Halt, fürchterlicher Mensch! Was tust du? Er hielt Coppola, der noch mehr Brillen aus der Tasche holen wollte, am Arm fest. Coppola trat einen Schritt zurück. Ah, nix für sie. Aber hier, s'köhne Glas, sagte er und hatte schon alle Brillen wieder eingepackt und aus einer Seitentasche ein kleines Fernrohr gezogen. Sobald die Brillen vom Tisch waren, wurde Nathanael ruhig. Er dachte an Clara und sah ein, dass all das Entsetzliche wieder nur ein Produkt seiner Fantasie gewesen war. Coppola war doch nur ein ehrlicher Mechanikus und Optikus und mit dem Coppelius seiner Kindertage hatte er nichts zu tun. Die Ferngläser, die Coppola nun vor ihn hinstellte, machten ihm keine Angst. Sie sahen wirklich ganz normal aus. Wie, um sich zu entschuldigen, wollte Nathanael jetzt wirklich etwas von Coppola kaufen. Er nahm ein kleines, sehr schön gearbeitetes Taschenfernrohr und sah damit durch das Fenster, um es zu prüfen. So ein gutes Fernohr hatte er noch nie gesehen. Er sah auch bei größerer Distanz alles sehr klar vor sich. Dann sah er auch durch das Fenster von Olympias Zimmer. Sie saß wie immer vor dem kleinen Tisch. Jetzt erst sah Nathanael, wie schön ihr Gesicht war. Nur die Augen schienen ihm starr und wie tot. Aber als er länger durchs Glas sah, war es, als leuchteten ihre Augen plötzlich. Immer lebendiger und lebendiger wurden ihre Augen, als hätte sie erst jetzt zu sehen begonnen. Nathanael saß mit seinem Glas am Fenster und sah nur noch die himmlisch schöne Olympia an. Ein leises Husten weckte ihn, wie aus tiefem Traum. Trezechini, drei Dukaten! Nathanael hatte nicht mehr an den Optikus gedacht und gab ihm das Geld. Nix so, sköne Glas, sköne Glas, sagte Coppola noch leise und lachte wieder. Ja, 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 antwortete Nathanael unlustig. Adieu, lieber Freund. Coppola sah sich im Zimmer um und ging dann endlich. Nathanael hörte ihn noch laut lachen. Nun ja, dachte Nathanael, er lacht mich aus, weil ich das Glas sicher viel zu teuer bezahlt habe. Zu teuer bezahlt. Bei diesen Worten bekam Nathanael plötzlich wieder Angst, ohne zu wissen, warum. Clara, sagte er zu sich selber, hat schon recht. Ich habe wirklich eine kindische Fantasie. Aber komisch ist es doch. Oder doch mehr als nur komisch, dass mir der Gedanke, ich hätte das Glas zu teuer bezahlt, jetzt solche Angst macht. Dann setzte er sich hin, um seinen Brief an Clara zu Ende zu schreiben. Aber durchs Fenster sah er immer noch Olympia in ihrem Zimmer sitzen. Er sprang auf, nahm Coppolas Fernglas und sah zu Olympia hinüber. Er konnte sich nicht von ihrem Anblick befreien und saß noch mit dem Glas in der Hand am Fenster, als sein Freund Sigmund kam, um ihn abzuholen. Wie immer wollten sie zusammen ins Seminar bei Professors Balanzani gehen. Als Nathanael in sein Zimmer zurückkam, ging er sofort ans Fenster. Aber jemand hatte in Olympias Zimmer die Gardinen vorgezogen und er konnte sie nicht sehen. Er blieb am Fenster sitzen und schaute mit Coppolas Glas hinüber, aber den ganzen Tag lang wurden die Gardinen nicht zurückgezogen, das Fenster nicht geöffnet. Er glaubte, verrückt werden zu müssen. Er konnte nichts anderes mehr denken. Als er auch am nächsten und übernächsten Tag Olympia nicht hatte sehen können, lief er aus seinem Zimmer, aus der Stadt hinaus in den Wald. Er sah ihre Gestalt vor sich in der Luft. Er sah sie aus dem Gebüsch kommen, im Wasser, des Flüsschens, sahen ihre leuchtenden Augen ihn an. An Clara dachte er nicht mehr. Er dachte nichts. Nur an Olympia und sagte laut und traurig, Ach du mein Liebestern, bist du denn nur in mein Leben getreten, um mich wieder allein zu lassen in dunkler Nacht? Als er wieder in seine Wohnung zurückging, sah und hörte er, dass in Spallanzanis Haus gearbeitet wurde. Die Türen standen offen, man trug viele Dinge hinein, die Fenster des ersten Stocks waren weit geöffnet. Es wurde geputzt, geklopft und gehämmert. Nathanael blieb voll erstaunen auf der Straße stehen. Da trat Sigmund lachend zu ihm und sagte, Nun, was sagst du zu unserem alten Spallanzani? Nathanael antwortete, dass er von nichts wisse, sondern nur mit großem Erstaunen das Treiben und Arbeiten in dem stillen, dunklen Haus gesehen habe. Da erzählte ihm Sigmund, dass Spallanzani am nächsten Tag ein großes Fest geben wolle, Konzert und Ball und dass die halbe Universität eingeladen sei. Die Leute sagten, Spallanzani wolle, dass seine Tochter Olympia, die bisher immer allein im Haus gewesen sei, endlich andere Menschen kennenlerne. In seinem Zimmer fand Nathanael eine Einladungskarte. Ganz aufgeregt ging er am nächsten Tag zum Professor, als schon die Wagen vorfuhren und in allen Sälen die Lichter brannten. Sehr viele Leute waren gekommen und alle waren sehr elegant. Als Olympia kam, sahen sie alle an. Sie war sehr reich und geschmackvoll gekleidet. Man machte ihr Komplimente, man sprach über sie. Ihr schön geformtes Gesicht, ihre Figur gefielen allen. Nur schien sie ein zu enges Korsett zu tragen. Ihr Rücken schien etwas seltsam. In der Taille war sie unglaublich dünn. Ihre Stellung, ihre Bewegungen schienen etwas steif und das störte viele. Aber man entschuldigte sie. Der Ball und die vielen Leute, das ist für die arme Olympia sicher eine ganz neue Situation. Das Konzert begann, Olympia spielte sehr gut Klavier und sang dann mit heller, vielleicht zu heller Stimme eine Bravour-Arie. Nathanael war verzaubert. Er stand ganz hinten und konnte Olympia nicht gut sehen. Da nahm er ganz heimlich Coppolas Glas und schaute auf die schöne Olympia. Ach, er konnte es erst nicht glauben. Sie sah ihn an. Sie sank von Liebe und an ihrem Blick sah er, dass sie an ihn dachte. Als sie ihre Arie mit einem langen Trillo beendete, konnte er nicht anders, er musste laut schreien. Olympia! Alle sahen sich nach ihm um, viele lachten. Der Konzertmeister aber machte ein böses Gesicht und sagte nur Nun, nun. Das Konzert war zu Ende, der Ball fing an. Nathanael wollte nur noch eins, mit ihr tanzen, mit ihr. Aber durfte er das, ein kleiner Student? Hatte er den Mut, sie, die Königin des Festes, um den ersten Tanz zu bitten? Doch! Er wusste selbst nicht wie, aber plötzlich stand er vor Olympia. Sie hatte noch keinen Tanzpartner. Er war zu aufgeregt, um etwas zu sagen. Er nahm sie an der Hand, sie war eiskalt. Todesangst durchlief ihn. Er starrte Olympia ins Auge, das ihn voll Liebe ansah und schon fühlte er keine Kälte mehr, nur noch ihre und seine Liebe. Er legte den Arm um sie und flog mit ihr durch den Saal. Er, der sonst immer geglaubt hatte, recht gut im Takt zu tanzen, merkte nun, wie sehr ihm der Takt fehlte. Denn Olympias Bewegungen folgten so streng dem Rhythmus, der Musik, dass er ihr nicht immer folgen konnte. Mit keiner anderen wollte er mehr tanzen. Und jeden, der Olympia zum Tanz aufgefordert hätte, hätte er am liebsten ermordet. Zum Glück wurde sie nur von zwei Männern aufgefordert und zu Nathanaels erstaunen, wollte keiner von ihnen zweimal mit Olympia tanzen, so dass er wieder und wieder sie an der Hand nehmen und mit ihr tanzen konnte. Hätte Nathanael etwas anderes gesehen, als die schöne Olympia, hätte er sich sicher geärgert. Denn man sah sie komisch an, warum nur, und lachte leise über das Paar. Nathanael war durch den Tanz und durch den Wein, von dem er viel getrunken hatte, mutiger geworden. Er saß neben Olympia, ihre Hand in seiner und sprach begeistert von seiner Liebe in Worten, die keiner verstand, er selbst nicht und Olympia auch nicht. Oder Olympia vielleicht doch, denn sie sah ihm in die Augen und sagte immer wieder, ach, ach, ach. Und Nathanael antwortete zum Beispiel so, »Oh, du wunderbare himmlische Frau, du mein Licht aus dem Reich der Liebe, du mein ganzes Sein, du tiefe Seele, die allein mich versteht« und so weiter. Aber Olympia sagte nur immer wieder, »Ach, ach«. Professor Spallanzani ging einige Male zu den jungen Leuten und sah sie seltsam zufrieden an. Nach einiger Zeit schien es Nathanael in seinem Liebeshimmel, als würde es plötzlich sehr dunkel hier unten, beim Professor Spallanzani. Es war auch keine Musik mehr zu hören. Er schaute sich um, es war niemand mehr da, die letzten Lichter gingen langsam aus. »Trennung, Trennung«, schrie er ganz wild. Er küsste Olympias Hand, er küsste sie auf den Mund, eiskalt waren ihre Lippen. Und wie vorher war es, als hätte er den Tod selbst vor sich. Aber Olympia hatte ihn umarmt und im Kuss wurden ihre Lippen warm und lebendig. Spallanzani ging langsam zu ihnen. Wie er da durch den leeren, fast dunklen Saal ging, konnte man Angst bekommen. Aber Nathanael musste sein Olympia noch etwas fragen. »Liebst du mich? Liebst du mich, Olympia? Nur das! Sag es mir! Liebst du mich?« So sagte ihr Nathanael leise ins Ohr. Olympia stand auf und sagte nur, »Ach! Ach! Ja, du mein Liebestern«, sprach Nathanael, »du bist mir aufgegangen und wirst leuchten, mein Leben erleuchten für immer.« »Ach!« »Ach!« sagte Olympia und ging weiter. Nathanael folgte ihr. Sie standen vor dem Professor. »Sie haben lange mit meiner Tochter gesprochen«, sagte er lächelnd. »Nun, nun, lieber Herr Nathanael, wenn Sie denn so gern mit dem Mädchen konversieren, so würde ich mich freuen, wenn Sie uns öfter besuchten.« Mit einem ganzen, hellen, leuchtenden Himmel im Herzen ging Nathanael nach Hause. An den folgenden Tagen sprach man in der ganzen Stadt nur von Spallanzanis Fest. Er war großzügig gewesen und hatte alles getan, um ein perfektes Fest zu geben. Aber die meisten erzählten nur von sonderbaren Dingen, die sie gesehen haben wollten, und vor allem von der steifen Olympia, die den ganzen Abend kein Wort gesagt hatte. So schön sie sei, so dumm sei sie, und Spallanzani habe sie deshalb immer im Hause gehalten. Nathanael sagte nichts, obwohl er sich sehr ärgerte, wenn er diese Dinge hörte. Es hatte keinen Sinn, dachte er, diesen Leuten zu erklären, dass sie Olympia für dumm hielten, weil sie selbst zu dumm waren, Olympia zu verstehen. »Tu mir den Gefallen, Bruder«, sagte eines Tages Sigmund zu ihm. »Tu mir den Gefallen und sage mir, wie sich ein intelligenter Mensch wie du in diese Holzpuppe verlieben konnte.« Nathanael versuchte ruhig zu bleiben. »Sage du mir, Sigmund, wie ein Mensch wie du, der sonst alles Schöne klar erkennt und so vieles versteht, warum ein intelligenter Mensch wie du Olympias himmlische Schönheit nicht sehen will. Aber es ist vielleicht auch gut so, denn sonst würdest du dich in sie verlieben. Du oder ich, einer von uns beiden, müsste dann im Duell sterben.« Sigmund sah ein, dass er mit Nathanael nicht über Olympia diskutieren konnte. »Die Liebe«, sagte er, »ist blind, und über das Warum braucht man nicht zu streiten. Aber selstam ist es doch, dass alle über Olympia dasselbe denken, nur du nicht.« »Sie scheint uns«, sei nicht böse, Bruder, »starr und seelenlos. Ihre Figur, ihr Gesicht sind schön geformt, das ist wahr. Man könnte sagen, dass sie schön ist, aber ihre Augen sind leer, es ist, als ob sie nichts sehe. Ihre Bewegungen sind regelmäßig, zu regelmäßig. Man möchte fast an eine Maschine denken. Ihr Klavierspiel, ihr Singen ist korrekt, aber ohne persönlichen Ton, so wie ihr Tanz. Sie macht uns Angst, deine Olympia. Niemand möchte etwas mit ihr zu tun haben.« Nathanael antwortete nicht sofort. Dann sagte er ernst, »Euch kalten, prosaischen Menschen ist Olympia unheimlich. Nur poetische Menschen können in ihre Seele blicken. Nur mich sieht sie mit Liebesblicken an und nur in mein Herz leuchten ihre Augen. Nur in Olympias Liebe finde ich mich selbst wieder. Euch stört es, dass sie keine oberflächliche Konversation macht, wie normale Leute. Sie spricht wenig, das ist wahr, aber diese wenigen Worte sind für mich Hieroglyphen, einer inneren Welt voll Liebe und Verständnis. Aber all das versteht ihr natürlich nicht und es euch erklären zu wollen ist sinnlos. »Helfe dir Gott«, sagte Siegmund sehr sanft, fast traurig, »aber ich glaube, du bist auf bösem Wege. Du weißt, dass ich dein Freund bin, auch wenn alles... Nein, ich will nichts mehr sagen.« Nathanael verstand, dass Siegmund ihm nur helfen wollte und sie gaben sich herzlich die Hand. Keine Sekunde dachte unser Nathanael mehr an Clara. Alle, die er sonst geliebt hatte, seine Mutter, Lothar, er hatte sie vergessen. Er lebte nur für Olympia. Stundenlang saß er täglich bei ihr und fantasierte von seiner Liebe, von Leben gewordener Sympathie, von psychischen Affinitäten. Olympia hörte ihm immer zu. Nathanael brachte ihr alles, was er jemals geschrieben hatte. Gedichte, Fantasien, Visionen, Romane. Und täglich schrieb er mehr, schrieb Sonette, Canzonen, Stanzen. Das alles las er Olympia stundenlang vor, ohne müde zu werden. Aber sie war auch die ideale Zuhörerin. Sie sah nicht durchs Fenster, spielte nicht mit Kätzchen oder Hündchen, machte keine Handarbeit, sie gehnte nicht. Kurz, stundenlang sah sie dem Geliebten in die Augen, ohne sich zu bewegen und ihr Blick wurde immer liebevoller, immer lebendiger. Nur wenn Nathanael aufstand, um ihr die Hand oder den Mund zu küssen, sagte sie, ach, ach, dann aber, gute Nacht, mein Lieber. Oh, du himmlische, du tiefe Seele, dachte Nathanael, wenn er wieder auf seinem Zimmer war. Nur von dir, von dir allein werde ich ganz verstanden. Diese Harmonie zwischen Olympia und ihm, zwischen ihren Seelen, war das nicht wunderbar? Wie sie über seine Dichtung sprach, ihm schien manchmal, was Olympia sagte, habe er selbst gesprochen. Das musste auch wohl so sein, denn mehr als oben gesagt, sprach sie niemals. Manchmal, in klaren Momenten, am frühen Morgen zum Beispiel, dachte auch Nathanael, sie sei vielleicht ein wenig zu passiv. Aber dann sagte er sich wieder, was sind Worte, Worte? Der Blick ihres himmlischen Auges sagt mehr als jede Sprache auf Erden. Dem Kind des Himmels ist die Sprache der Menschen zu dumm und eng. Professors Balanzani schien sich über das Verhältnis seiner Tochter zu Nathanael sehr zu freuen. Er war immer sehr freundlich und liest die beiden meistens allein. Als Nathanael endlich den Mut fand, mit ihm über eine spätere Hochzeit zu sprechen, lächelte Spalanzani und antwortete, was seine Tochter wünsche, das wünsche auch er. Nathanael war glücklich. Ihm schien, der Moment sei gekommen. Schon am folgenden Tag wollte er Olympia um ihre Hand bitten. Endlich sollte sie ihm sagen, was er in ihren Augen schon so oft gelesen hatte. Dass sie ihn auch liebte und seine Frau werden wolle. Er suchte nach einem Ring, den ihm seine Mutter geschenkt hatte. Olympia sollte ihn tragen. Er fand dabei Klaras, Lothars Briefe. Die letzten hatte er nicht einmal mehr geöffnet. Er warf sie in die Ecke. Als er den Ring gefunden hatte, steckte er ihn ein und lief zur Olympia hinüber. Die Haustür stand offen. Er ging hinein. Auf der Treppe hörte er seltsame Geräusche. Sie schienen aus Balanzanis Studierzimmer zu kommen. Er hörte ein Schlagen, ein Hämmern. Auch zwei Männer, die laut stritten. Lass los, infamer! Mein Leben habe ich daran gearbeitet. Ha, 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 ha! Ich, ich habe die Augen gemacht. Ich, das Räderwerk. Dummer Teufel mit deinem Räderwerk. Hund, von einem Mechanikus. Fort mit dir, Satan, Bestie. Halt! Fort! Es waren Spallanzani und Coppelius. Voll Angst und Entsetzen lief Nathanael in das Zimmer. Der Professor hatte eine Frau bei den Schultern gepackt. Der Italiener Coppola bei den Füßen. Sie zogen hin und her, gingen vor und zurück, stritten sich laut weiter. Plötzlich erkannte Nathanael die Frau. Es war Olympia. Er sprang auf die Streitenden zu, aber da drehte Coppola die Figur dem Professor aus den Händen, hob sie mit unglaublicher Kraft hoch und ließ sie dann auf den Professor fallen. Der Professor fiel nach hinten auf den Tisch. Flaschen, gläserne Zylinder, alles klirrte in tausend Stücke. Nun warf Coppola sich Olympia über die Schulter und lief böse lachend aus dem Zimmer. Olympia, sagte Nathanael noch, aber er bewegte sich nicht. Was er gesehen hatte, war zu schrecklich gewesen. Olympia hatte keine Augen mehr gehabt. Nur zwei schwarze Löcher. Sie war eine leblose Puppe. Spalanzani lag auf dem Boden. Er blutete. Ihm nach, rief er. Worauf wartest du noch? Coppelius, Coppelius, meinen besten Automaten hat er mir genommen. Zwanzig Jahre daran gearbeitet. Sprache, Bewegung, die Augen. Ihm nach, hol mir Olympia. Coppelius, da hast du die Augen. Nun sah Nathanael ein paar blutige Augen auf dem Boden liegen, die ihn anstarrten. Spalanzani nahm die Augen und warf sie Nathanael an die Brust. Da packte Nathanael der Wahnsinn. Fuhr in sein Inneres. Sinn und Gedanken gingen in Stücke. Huij, 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 rief er. Feuerkreis, dreh dich. Lustig, lustig, Holzpüppchen, huij, schön Holzpüppchen, dreh dich. Mit diesen Worten warf er sich auf den Professor, um ihn totzuschlagen. Er hätte das auch getan, aber viele Menschen hatten den Lärm gehört und waren ins Haus gekommen. Sie rissen Nathanael zurück und brachten den Professor hinaus. Siegmund versuchte es, aber ein Mann allein konnte Nathanael nicht halten. Er brauchte die Hilfe einer ganzen Gruppe starker Männer. Nathanael schrie immer weiter, Holzpüppchen, dreh dich, und schlug um sich. Man brachte ihn ins Irrenhaus. Spalanzani ging es bald wieder besser, aber er durfte nicht an der Universität bleiben. Der Skandal war zu groß gewesen. Der ganzen Stadt hatte er einen Automatenerzeugen, seine Tochter präsentiert. Sie hatte nach ihrem großen Ball die T-Zirkel der eleganten Welt besucht und niemand hatte bemerkt, dass sie eine Holzpuppe war. Jetzt sagten natürlich alle, sie hätten Olympia immer schon sehr seltsam gefunden. Habe sie nicht oft seltsame Geräusche gemacht? Ein Professor der Poesie kommentierte, Damen und Herren, bemerken Sie es denn nicht? Das Ganze ist eine Allegorie. Sie verstehen mich. Aber im städtischen Leben war nichts mehr wie sonst. Die jungen Männer wollten nun, dass die Geliebte beim Singen und Tanzen nicht den Takt halte, dass sie beim Erzählen nicht zuhöre, sondern mit dem Hund spiele. Vor allem sollte sie kein Ach-Ach sagen, sondern wie eine denkende Person sprechen. Manche Paare verstanden sich am Ende besser, aber manche trennten sich, auch leise voneinander. Bei ihr kann man wirklich nicht sicher sein, sagten die jungen Männer dann. Spalanzani konnte nicht in der Stadt bleiben. Coppola hat dort niemand mehr gesehen. Nathanael erwachte wie aus schwerem, fürchterlichem Traum. Er öffnete die Augen und war glücklich. Wärme lief durch seinen Körper. Er war in seinem Bett im Hause seines Vaters. Clara sah ihn an. Hinter ihr standen Lothar und die Mutter. Endlich, endlich, oh mein Herzlieber Nathanael, nun bist du wieder gesund, nach so langer Krankheit, nun bist du wieder mein. So sprach Clara und umarmte Nathanael. Meine, meine Clara, sagte er leise und weinte. Auch Sigmund, der die ganze Zeit seinen Freund nicht alleine gelassen hatte, kam ins Zimmer. Nathanael gab ihm die Hand. Du hast mich nicht verlassen, mein Freund. Von Nathanaels Wahnsinn war nichts mehr zu bemerken. Bald wurde Nathanael kräftiger. Clara, die Mutter, seine Freunde halfen ihm dabei. Auch der Familie ging es besser als vorher. Ein alter Onkel, an den niemand mehr gedacht hatte, war gestorben und hatte der Mutter Geld und ein großes Stück Land hinterlassen. Dort wollten sie leben, die Mutter, Nathanael mit seiner Clara, die er nun heiraten wollte, und Lothar. Nathanael war ruhiger, kindlicher geworden und erst jetzt verstand er Claras reine und helle Seele ganz. Kein Wort sprach man mehr über das, was geschehen war. Nur als Sigmund abreiste, sagte Nathanael, bei Gott, Bruder, ich war auf bösem Wege, aber im letzten Moment führte mich ein Engel zurück, auf den richtigen Weg. Ach, es war ja Clara. Sigmund antwortete nichts, denn Nathanael sollte nicht mehr an die Zeit in G denken. Bald nach Sigmunds Abreise wollte man aufs Land ziehen. Das Haus wurde verkauft, die Sachen waren schnell gepackt. Am letzten Tag gingen die vier glücklichen Menschen noch einmal durch die Straßen der Stadt. Es war Mittagszeit. Sie hatten vieles eingekauft. Der Turm des Rathauses warf einen langen Schatten über dem Markt. Ei, sagte Clara, gehen wir doch noch einmal hinauf und sehen uns die Stadt und die fernen Berge an. Gesagt, getan. Beide, Nathanael und Clara, stiegen hinauf. Die Mutter musste noch einmal ins Haus zurück. Lothar wollte unten warten. Arm in Arm standen die beiden Liebenden auf der höchsten Galerie des Turms und schauten in die Ferne. Sieh doch den sonderbaren, grauen Busch dort unten. Er scheint auf uns zuzulaufen, sagte Clara. Nathanael nahm mechanisch das Fernrohr Coppolas in die Hand, aber er schaute nach rechts. Clara stand vor dem Glase. Das Blut in seinen Adern stand still. Bleich starrte er Clara an. Seine Augen wurden größer und ganz rot. Er schrie wie ein Tier. Dann sprang er in die Höhe und laut lachend schrie er Holzpüppchen, dreh dich, Holzpüppchen, dreh dich, nahm Clara, hob sie hoch und wollte sie vom Turm hinabwerfen. In Todesangst hielt sich Clara am Geländer fest. Lothar hörte Nathanael, hörte dann Clara schreien. Er rannte hinauf, die Tür der obersten Galerie war verschlossen. Er warf sich gegen die Tür immer wieder, bis sie endlich aufging. Klaras Hilferufe wurden schon immer leiser. Mit nur einer Hand hielt sie sich am Geländer fest. Lothar glaubte schon, es sei zu spät. Im letzten Moment konnte er die Hand seiner Schwester packen und zog sie auf die Galerie, während er mit der anderen Hand Nathanael ins Gesicht schlug. Lothar lief die Treppe hinunter, die Schwester in den Armen. Nathanael lief auf der Galerie hin und her. Immer wieder sprang er in die Luft und schrie, Holzpüppchen, dreh dich, Feuerkreis, dreh dich. Vor dem Turm war schon eine Menschenmasse zusammengekommen. Mitten unter den Menschen dort sah man den Advokaten Kopelius. Man wollte auf den Turm, um dem Wahnsinnigen zu helfen. Da lachte Kopelius und sagte, ha ha, wartet nur, der kommt schon herunter von selbst. Alle schauten ihn auf. Nathanael blieb plötzlich stehen. Er hatte Kopelius gesehen. Mit dem Schrei, ha, sköne ocke, sköne ocke, sprang Nathanael über das Geländer. Als Nathanael tot auf der Erde lag, war Kopelius nicht mehr zu sehen. Mehrere Jahre später will man in einer entfernten Stadt Clara gesehen haben, wie sie mit einem freundlichen Mann vor einem schönen Hause saß und vor ihr zwei Kinder spielten. Wir dürfen also glauben, dass Clara das ruhige, häusliche Glück noch fand, das sie immer gewünscht hatte und das sie mit Nathanael nie gefunden hätte. Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF, 2020